Mein Lieben, wie zu Hause, ist sehr schön. Ich lebe mit meiner Mutter und sie ist bereit, immer wieder ein gutes Frühstück zu nehmen. Den Tag zu beginnen. Normalerweise wir essen Frühstück, Eier, Brot, Kissen, Kaffee oder Schokolade. Nach dem Frühstück essen wir Früchte wie Banane, Apfel, Mandarina oder Birna. Das Mittagessen ist auch etwas Besonderes, weil es sehr komplett mit Gemüse, Reis, Fleisch und Maschbalsuppe, obwohl es nicht mein Favorit ist. Am Abend vor dem Abendessen essen wir ein paar Kicze mit Joghurt. Das Abendessen ist sehr einfach, weil es nicht notwendig ist, weil zu essen schlafen zu gehen. Aber essen ein Sandwich mit Fruststoff, es ist genug. Zu dem Restaurant beginne ich sehr oft, weil wir Lebensmittag wenig Salz und Verdarmung haben, eine gute Gesundheit zu erhalten. Nach uns Mittag, wie Hamburger, Hockdorf, Pizza, sind Lebensmittel, die wir noch selten essen, weil sie nicht nachhaft sind und sind teuer. Meine Mutter und ich immer wir kaufen gesunde Lebensmittag und Essen zu Hause ist noch besser, weil es nicht ruhig ist.